Wirst du schon da? Du hast den Künstler gesehen. Was? Nein. Das ist Schnee von gestern. Sie schütteln wie Vollidioten. Und du findest ihre Arbeit knochentrocken. Die sind aber Star-Künstler. Du meinst, das Sammler, ihr Paar. Nein, die ist nicht weit. Ja, klar. Ah, ihr Geld ziehen sie aus dem legendären Nacht-Nacht-Klückgang. Ein Gesichtsverlust. Ein Entschädigung. Ein Gerüst ist nie ganz aus der Luft gegriffen. Und vielleicht sind sie wieder einmal schneller als du. Eine Sammlung ist eine persönliche Vision. Das ist keine Spekulation, das ist Liebe. Echte Sammlung. Keine Sammlung. Echte Sammlung. Keine Sammlung. Keine Sammlung. Keine Sammlung. Vielen Dank.